Guten Morgen! Ihr seid dabei? Ich liege hier im Bett. Was für ein Zufall. Ich habe gerade geträumt, ich wäre in Uganda. Wahnsinn. Schlagerreise. Für die nächste Schlagerreise mit tollen Kollegen. Aber warte mal. Das ist doch gar nicht meine Wohnung. Bin ich doch in Uganda? Wollen wir mal schauen? Kommt mit. Kommt mal mit. Mit dir in Uganda? Mit dir in Uganda? Ja, tatsächlich. Die Folgen sind zu. Wollen wir mal schauen, was sich hier verbirgt, hier hinter. Ja? Ich habe gerade geträumt von Urgada. Ich bin hier am Meer, am Strand. Kollegen Ola Penning, Markus Becker, Danny Fabian. Guckt mal hier. Guckt euch das an. Schlagerreise nach Urgada. Hier, ihr Lieben. Das war kein Traum. Das ist nämlich Wirklichkeit, ihr Lieben. Ihr wollt auch mal dabei sein? Schaut doch mal auf meine Instagram-Seite oder bei Facebook. Einfach Wahnsinn. Wir sind wieder hier. Wir haben es wieder getan. Schlagerreise nach Urgada. Und am Donnerstag, da gibt es was ganz Besonderes. In den Hotels gibt es so einige Schlagerpartys und die Anzahl in den letzten zwei Jahren ist gestiegen an den tollsten und besten Schlagerpartys der Welt hier in Urgada. Aber eine Sache gibt es noch nicht. Und die gibt es am Donnerstag. Die erste weltweiteste Schlagerinsel. Die erste Schlagerinsel weltweit hier in Urgada auf der Orange Bay mit tollen Kollegen wie Ola Fenning, Markus Becker, Anna-Marie Eilfeld, Danny Fabian, Mo Familie und meine Wenigkeit, Andi Andres. Ich freue mich drauf. So, ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee und gehe jetzt erstmal zum Frühstück. Dann ins Fitnessstudio und dann schauen wir mal weiter. Also bleibt dran. Bleibt jetzt hier dran. Dann schaut doch einfach mal rein. Schaut einfach mal ein bisschen, was wir hier so schönes machen in Urgada Schlagerreise. Also, ich genieße diesen Ausblick hier. Guck mal her.